Wie sieht's da draußen aus? Es wird brenzlig! So wie ich es mag! Hey, wir sind wieder im Geschäft! Was ist es? Sehen wir nach. Die Kapverdischen Inseln, die Bahamas, Argentinien... Sogar die Antarktis. Gott! Diese Bastarde haben Geheimoperationen auf der ganzen Welt geplant. Direkt vor unseren Augen. Hey, Leute! Seht euch das an! Es geht los! Das ist der verdammte Jackpot! Was ist denn das? Projekt Nova? Könntest du fliegen? Ich kann alles fliegen! Festhalten da hinten! Gehe mich weg! Die Mission war abgeschlossen. Aber mehr würde folgen. Im Feuer geschmiedet waren wir die Speerspieße. Wir machen Vanguard. Wir machen Vanguard.